Ja gut, natürlich, wenn wir schon den Weltmusiktag haben, dann müssen wir wirklich die ganze Bandbreite abdecken. Und anfangen möchten wir mit den nationalen Künstlern. M4Music hast du vielleicht auch schon gehört, das ist ein Festival, wo vom Migros Kulturprozent jeweils jedes Jahr veranstaltet wird, wo nachher Schweizer Künstler gepostet werden. Also du kannst an dieses Festival hinzugehen und wirklich neue Künstler auch kennenlernen. Es gibt so Diskussionen, es wird über verschiedene Themen diskutiert, du kannst neue Sachen entdecken, das finde ich mega toll. Und jetzt haben die Leute eben von M4Music noch eine tolle Idee gehabt, und gefunden, weisst du was, wir machen jetzt die Schweizer Künstler im Ausland bekannt. Jetzt haben sie ein paar Schweizer Künstler eingeladen gehabt, und sie haben gesagt, hey dudes, kommen immer auf Berlin, beim Postbahnhof, dürfen dort live ein Gig spielen. Wie geil! Unter anderem haben sie eine Band eingeladen, die sind Cowraise, also ich habe sie auch schon hier auf der Couch kommen und interviewen, ich rede von Bonaparte. Hast du sie schon mal gesehen gehabt, falls nicht, ich gehe nachschauen, die sind crazy. Wir haben sie live geschaut. Hast du sie schon live gesagt? Das Theater ist ein Scheiss dagegen, sage ich. Das ist wirklich so unterhaltig. Du bist so, dort passiert etwas, dort passiert etwas. Ja, überall. Grossartige Live-Bände. Also damit du schon mal eine Ahnung kennst, von was ich rede, haben wir hier nochmal etwas Spezielles für sie, und das nennt sich Acoustic Threesome von Bonaparte. So, have a look. Oh-oh. So, da ist das wasbedeig. So, dass du, n-d this ist ja leer, und das ist ein Aufmerksam zu haben ist. Du bist nur ein Aufmerksam. Und du bist immer wieder in der Erde. Und du machst dich? So, sagst du durch Chausschen, Du bist in der Frauen verprallung. Du bist in die Quaranty. Das ist in die Quaranty. Ich bin die Quaranty. Die quaranty- Don't wake me unless you come To say you're leaving for good The last fruit just fell off the tree And now you're trying to sell me the wood When I'm watching my own execution You hear me laughing at the dead When I'm waiting for the small bit A little bit sugar in the head A ship is in quarantine Under quarantine A ship is in quarantine In quarantine A ship is in quarantine Under quarantine It's the sequel of the sequel of the sequel Impress people you don't like spending money The sequel is teaspoon This is the sequel of the sequel of the sequel of the sequel of the sequel to series Es ist in Qualität! I am the Qualität! Es ist in Qualität! I am the Qualität! Ich bin die Qualität! I am the Qualität! I am the Qualität! I am the Qualität! Crazy isch! Aber eines, das ist wirklich mega Energie geladen. Wenn du dort bist, wird es dich auch völlig durchschütteln. Wirklich etwas, was man live anschauen sollte. Das stimmt, ja.